ok nicht so schlimm wie viele sind es denn noch 16 stück die letzte charge also was ist das tundra titan tello ok das ist irgendwelches zeug was gerade in fässer verstaut wird fässer verstauen ist immer gut was sagen denn so die anderen konstruktion rock pots und so ach ja das mache das nimmt gerade die bonbons weg aber die sachen hier scherz werden schon mal gemacht also der klopf mensch ist am arbeiten und die leder jungs wahrscheinlich auch mittlerweile sehr gut das freut mich immer wurde das neue artefakt eingelagert sieht noch nicht so aus was hast du für ein problem view creature no job ok du stehst einfach nur darum gucken wir uns mal kurz deine gedanken an v inventory preference z müsste der status sein toffs has been happy lately hat auf einem schönen bett geschlafen hat kein eigenes zimmer hat in einem legendären dining room gegessen hat sich einen freund gemacht hat sich unterhalten war zufrieden mit der arbeit und wurde von der sonne genervt und er ist verheiratet ok dup 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 da wird noch gearbeitet bist du immer noch suspended ja so und ich habe türkis gefunden naja ist sehr schön dass hier alles weg gemacht wird dann mache ich hier eine dumping area hin und dampen die ganzen steine dass die weg kommen dass ich da den refuse stockpile hin machen kann die jungs sind beim trainieren noch später reiße ich dann hier die ab und baue sie hier drüben in einen separaten raum hin dass hier nur trainingsraum ist am besten für die schwerträger obwohl die schwerträger kriegen hier oben einen trainingsraum und ja ich mache 1 1 trupp nachher mit speerträgern das ist mein dritter trupp sozusagen die letzte verteidigungs linie so hier wird gut gearbeitet und gemampft wir haben wieder eitlers das ist aber nicht so schlimm was macht der hundestockpile hier ist alles gut solange das hier flor ist und kein hunde blut so die hunde hier oben müssten auch gut aufgehoben sein hier sind sie mal kurz in die zone gucken ob irgendein hund nicht zugewiesen ist stray dog stray dog stray dog puppy 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 naja ein puppy müsste noch zugewiesen werden wenn ich das richtig sehe nee der puppy hier ist noch nicht dort so was haben wir ein query bushes das sieht wieder so aus als ob wir ziemlich viele hätten da haben wir auch zwei stellen hätten die task back repeat aber du bist ja noch dabei okay gut so schön zu wissen so vorräte sehen immer noch ziemlich gut aus an fleisch und fisch essen sieht langsam auch richtig gut aus trinken nimmt ab ich glaube ich nehme dem stockpile jetzt mal das trinken wieder weg verbett so dass hier wieder nur noch die plans also die pflanzen zum verbrauen hingestellt werden was machst du hier ach du ist ein happen einer meiner militärzwerge war gerade dort so wie sieht es mit eine eule und eine wildschwein sau also eine brache um genau zu sein wasser füllt sich und zwar sehr gut und ja dass solange das wasser unter fünf oder sechs ist versickert es einfach wieder wenn man nicht nachfüllt und wir haben wieder ein mandat nobles flatt geht haben wir davon nicht einzigen auftrag gegeben doch aber das wurde schon gebaut okay dann halt in den job manager flatt geht bitte ein rock flatt geht ich war ja froh darüber als er backler verlangt hat flatt geht wird gebaut das heißt wir sind mit den floor grates fertig bolzen werden noch ein paar gebaut potz werden jetzt gebaut jetzt werden die cabinets gebaut und mein lederwerker fühlt sich irgendwie sehr wenig angesprochen obwohl er immer wieder hingeht ach so er hat schon zehn worte skins ich habe nichts gesagt ich habe mich verguckt ich dachte er hätte bis jetzt noch kein einziges worte skin gemacht gut dann können wir mal kurz gucken ob jetzt irgendeiner schon mit einem worte skin ausgerüstet ist nein über v inventory worte skin jawoll das heißt meine zwerge folgen meine squad verdurstet schon mal nicht wenn es ist bei wenigstens mal wieder hier stationiere dann schießen sie auf den gegner und trinken zwischendurch mal sie bestimmt ulkig aus meine beiden lederarbeiter sind fleißig am werken wie sieht es mit dem klopf sachen aus shirts trousers sox wird alles gut abgearbeitet water skins auch ja sieht gut aus nächster schritt nächster schritt wäre hier runter zu gucken okay und dann brauchen wir noch mit klein b einen dampf befehl so ein dampf befehl und remove construction habe ich nicht richtig gemacht so und am besten noch eine dampf zone hier so eine garbage stammt es werden hier ziemlich viele zwerge runter stürmen wahrscheinlich hoffentlich ja ein paar kommen und werden das zeug da dampen gut aber wir haben schon dreier tiefe teilweise beim wasser das finde ich auch schön schön jawoll und die zwerge kommen und räumen die steine raus ja so kann man ein bisschen cheaten eigentlich weil die zwerge die steine wenn sie sie dampen ein bisschen schneller tragen obwohl eigentlich so viel schneller auch nicht aber es kommt viel mehr zwerge ja wir haben null eitlers gut pots werden gemacht wie sieht es in der küche aus essen geht langsam richtig gut da wird es immer noch produziert und der schmied hat angefangen endlich mal was zu schmieden und zwar eine kupfer und eine eisen pick einer warte was schmied ich gerade ich habe es vergessen battle axis gut gut und irgendwer ist ein hammerdwarf geworden und ich kopiere immer noch nicht warum die quiver hier rumliegen du bist ein ach du bist ein granito du bist ein gabropod äh pots sollten eigentlich hier oben hin ich habe wieder mal permit 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 so stone clay so das müsste man muss mal glaube ich alles aktivieren bei quivers liegen hier jetzt keine mehr rum hier liegt noch was anderes rum was liegt da ein stein ein gabro stein okay es müssten aber die pots weg geräumt werden so hier wird gerade alles von steinen entleert was ist mit der treppe hier okay da habe ich aus versehen eine abendauts der hingemacht ups das heißt wir brauchen dort ein floor also mit f hier hier bitte einen gabro floor hinbauen so gut party bei einem gabro table und wir haben schon wieder ein mandat das was gebaut werden soll quiver m um so ku quiver leider quiver zwei stück so türen haben wir jede menge hier deswegen werden wir mal auch ein paar türen bauen hier könnten wir eine tür vertragen und hier könnten wir noch eine tür vertragen so das nächste was wir vertragen könnten ist wenn ich hier mal aus granitblöcken weil ich habe da eine kleinen fehler in der denkweise gemacht so wir müssen nämlich den refuse sicherheitshalber dicht machen falls es doch mal zum jasmer kommt dass das da nicht raus geht deswegen bauen wir da eine tür in den weg und wenn wir schon dabei sind hier fehlen auch noch türen hier sind türen zur grabkammer hier sind türen und